Kleidung lebt auch durch Accessoires. Im 18. Jahrhundert waren es die Perücken und Turmfrisuren, die die üppigen Kleider und Roben abrundeten. Die wahrhaft ausladende Körpersilhouette erreichte dadurch erst ihren vollen Umfang, sodass es für Frauen mit Hochfrisur und Reifröcken nicht eben leicht war, sich fortzubewegen. Was im Rokoko die Turmfrisur war, waren in den 40er und 50er Jahren des 20. Jahrhunderts die Nylansstrümpfe. Am 15. Mai 1940 wurden sie in US-amerikanischen Geschäften erstmals verkauft. Der Siegeszug begann. Als nach dem Zweiten Weltkrieg der Verkauf erneut startete, kam es in Amerika zu Ausschreitungen. In Pittsburgh sollen 40.000 Personen für 13.000 Paar Strümpfe angestanden haben. Und über Amerika gelangten die Strümpfe nach dem Krieg dann auch nach Deutschland, wo sie bald zum unverzichtbaren Modeaccessoire wurden. Hierzulande waren sie zunächst nur auf dem Schwarzmarkt erhältlich, zum Preis von etwa 200 Reichsmark. Das entsprach dem durchschnittlichen Monatsgehalt einer Sekretärin. Die Lage entschärfte sich zwar in den folgenden Jahren, aber Nylonstrümpfe waren in Deutschland weiterhin nicht zu bekommen. Denn die Einfuhr war von den Besatzungsmächten zur Steuerung der Importdevisen streng reglementiert. Das bot Raum für den Schwarzmarkt und kriminelle Machenschaften. So heißt es in einem Schreiben vom 23. Mai 1950 an die hessische Überwachungsstelle für Devisen und Sperrkonten. Nach dem Ergebnis der bisherigen Ermittlungen sind in den Monaten Dezember 1949 bis Mai 1950 Nylonstrümpfe im Gesamtwert von 7 Millionen D-Mark in das Bundesgebiet eingeführt worden. Von dem Erlös der Nylonstrümpfe befindet sich ein Teilbetrag von 1.200.000 D-Mark noch auf Konten bei Frankfurter Banken, während der Rest illegal in das Ausland geflossen sein dürfte. Da sich somit der Verdacht weitreichender strafrechtlicher Verfehlungen ergeben hat und sie zudem bereits die Zollfahndungsstelle Frankfurt am Main mit der Durchführung von Ermittlungen bei der an der illegalen Einfuhr der Nylonstrümpfe mitbeteiligten Firmen Xe beauftragt haben, habe ich es für zweckmäßig gehalten, die Zollfahndungsstelle Frankfurt am Main mit der Durchführung sämtlicher weiterer Ermittlungen zu beauftragen. Ich habe zu diesem Zwecke die bisher bei meiner Dienststelle vorliegenden Ermittlungsergebnisse der Zollfahndungsstelle Frankfurt am Main zugeleitet. Über das Ergebnis der Ermittlungen werde ich zu gegebener Zeit berichten. Zwischen Dezember 1949 und Mai 1950 wurden folglich Nylonstrümpfe im Wert von 7 Millionen D-Mark nach Deutschland importiert. Ein Großteil der Verkaufseinnahmen gingen illegal ins Ausland. Die Verhandlung nach diesen Geldern füllt ganze Akten im hessischen Hauptstaatsarchiv.